Kryptowährungen. Mehr als nur die Bitcoin. Mining, Ether, Litecoin, Ripple und andere. Von Daniel Walsh. Gelesen von Dominik Kolb. Vorwort Bei Gesprächen über Bitcoin und Co. hören sehr viele Menschen gebannt zu und nicken zustimmend mit dem Kopf. Dabei wissen sie nicht so wirklich, worum es sich bei den digitalen Währungen handelt. Es ist vielen nicht klar, was sich hinter jeder einzelnen Kryptowährung verbirgt. Trotz der im letzten Jahr starken Performance der Bitcoin-Alternativen wird immer nur von dem Branchenprimus geredet. Dabei sind meistens jedoch die Kursschwankungen sowie spektakuläre Bitcoin-Millionäre und große Skandale im Fokus als das, was sich als Idee und Technologie hinter einer jeden Kryptowährung verbirgt. Was ist eine Kryptowährung? Fiat-Geld. So bezeichnet man staatlich kontrollierte Währungen, also die üblichen. Doch einige Probleme prägen die Art von Währungen, von denen wir Menschen schon seit Jahren Gebrauch machen. Diese Probleme liegen hauptsächlich in der Finanzpolitik und in wirtschaftlichen Maßnahmen. Kryptowährungen setzen genau hier an und versuchen, diese Probleme zu lösen. Um dies zu erreichen, gewährleisten Kryptowährungen unter anderem Anonymität und Fälschungssicherheit sowie das Auskommen ohne staatliche Kontrolle. Wie die Kryptowährungen das hinbekommen wollen? Es handelt sich bei ihnen um digitales Geld. Dieses digitale Geld ist nicht von Zentralbanken ausgegeben, sondern von privaten Menschen nach festen Regeln errechnet. Diese Rechenarbeit erfolgt an leistungsstarken Computern und nimmt einiges an Strom und Zeit in Anspruch. Durch das Errechnen erschließen sich neue Einheiten der Kryptowährungen. Hierin ist auch der Name der Kryptowährungen begründet. Sie sind kryptografisch verschlüsselt. Diese Verschlüsselung macht es notwendig, dass zusätzliche Währungseinheiten zuerst errechnet werden müssen. Gleichzeitig ist es diese Verschlüsselung, die die Kryptowährungen auch so sicher macht. Alle errechneten Währungseinheiten werden in zentralen Datenbanken, den sogenannten Blockchains, notiert. Kommt es nun zu einem Austausch der jeweiligen Währungseinheit, beispielsweise durch einen Handel oder die Bezahlung einer Dienstleistung, werden die Informationen dieser Transaktion in der Blockchain notiert. Dies entsteht automatisch bei Zustandekommen der Transaktion, aufgrund mathematischer Prinzipien. Durch diese mathematischen Prinzipien kommen Kryptowährungen gänzlich ohne Banken und auch ohne staatliche Regulierung aus. Bei Fiat-Geld hingegen ist, mit Ausnahme von Barzahlungen, immer eine dritte Partei, in der Regel die Bank bei einem Handel zwischen zwei Personen involviert. Den Vorteil, den die Kryptowährungen hier haben, nennt man Dezentralität. Des Weiteren laufen die besagten Transaktionen anonym ab. Zwar werden Details bzw. Informationen der Transaktionen in der Datenbank namens Blockchain notiert, doch geschieht das ohne die Nennung der Namen. Jeder Teilnehmer eines Netzwerks der jeweiligen Kryptowährung erhält zwei Nummern. Neben dem Private Key erhält die Person einen Public Key. Mit diesen Nummern hat sich die Person als Empfänger zu bestätigen. Allerdings ist die Identität im Nachhinein nicht feststellbar. Vor allem die Aspekte der Anonymität und der Dezentralität werden als große Vorzüge der Kryptowährungen angeführt. Doch gehen diese auch mit Nachteilen einher und sind ein Grund für die Skepsis gegenüber den digitalen Währungen. Den Staaten ist der Mangel an Kontrolle ein Dorn im Auge. Sie sehen das Konstrukt mit den kryptischen Verschlüsselungen als die perfekte Gelegenheit für finanzielle Vergehen an. So erleichtern Kryptowährungen nach Ansicht der Staaten zum Beispiel die Waffenschieberei, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Gleichzeitig wird aber eine gewisse technische Überlegenheit der Kryptowährungen erkannt. Dies ist vor allem den Banken ein Dorn im Auge. Sie überlegen die Blockchain-Technologie zumindest zum Teil ebenfalls in ihren Alltag zu integrieren. Weiterer Grund für Skepsis gegenüber Bitcoin und Co. Die Kryptowährungen rufen durch ihre Instabilität einen Eindruck von Unseriosität hervor. Es ist die Instabilität hinsichtlich des Wertverlaufs gemeint. Während die meisten nationalen Währungen im Normalfall sehr geringe Wertschwankungen aufweisen, ist der Normalfall bei Kryptowährungen anders. Sie alle haben im Jahr 2017 eine massive Wertsteigerung erlebt. Allerdings wurde diese Wertsteigerung von vielen Aufs und Abs begleitet. Gerade der Branchenprimus Bitcoin sticht hier hervor. Auf den Anstieg folgte hingegen auch der schnelle und teilweise Fall, sodass kaum vorauszusagen ist, welche Rolle die Bitcoin und Co. zukünftig spielen werden. Bei Kryptowährungen handelt es sich zwar um eine Währung, doch kann diese nicht vollständig als Geld bezeichnet werden. Denn während es sich bei Geld um ein anerkanntes Tauschmittel handelt, ist diese Akzeptanz bei Kryptowährungen nicht vorhanden. Geld findet als Tausende...